Ausnahmefahrer in dieser Saison, Marco Wittmann, noch mal ein bisschen vorzustellen. Wir werden gleich noch mal einen Satz zu dem verlieren, aber gewinnen die Zeit, Ihnen das kleine Porträt von Heiko Neumann zu zeigen, meine Damen und Herren. Und da zeigt sich dieser Marco Wittmann, weiß alles über das Auto und ist extrem ehrgeizig. Grenzen gibt es für diesen Mann keine. Marco Wittmann ist der Gipfelstürmer der DTM. Feint über allen anderen Wittmann.